Giorgio Nikolic, du hast soeben einen Vier-Jahres-Vertrag beim FC Basel unterschrieben. Was ist das für ein Gefühl für dich? Ich fühle mich fantastisch. Ich weiss, dass der FC Basel ein grosser Verein mit einer tollen Geschichte ist. Ich werde versuchen, mein Bestes für das Team zu geben und für den Trainer eine gute Option zu sein. Du kommst aus Serbien, vom Klub FK Jagodina. Wieso hast du dich für die Schweiz und den FC Basel entschieden? Basel ist ein grosser Klub, der auch in der Champions League spielt. Dies ist für jemanden wie mich eine grosse Chance. Es war schon immer mein Traum, in solch einem grossen Verein spielen zu dürfen. Ich fühle mich grossartig. Wie würdest du dich als Spieler einschätzen? Was sind deine Stärken im Tor? Ich versuche, ein moderner Tormat zu sein und dadurch meinen Verteidigern und dem restlichen Team bestmöglich zu helfen. Was weisst du bereits über die Stadt und den FC Basel? Ich habe gehört, dass der FC Basel grossartige Fans hat. Sie unterstützen die Mannschaft in jedem Spiel und sind immer zahlreich im Stadion. Ich konnte auch bereits kurz in die Stadt gehen. Diese hat mir sehr gut gefallen. Ich bin glücklich und freue mich sehr, mindestens die nächsten vier Jahre hier zu sein. Ich bin sehr glücklich und freue mich sehr, dass ich hier für mindestens vier Jahre hier bin. So, willkommen in Basel und ich hoffe, dass du dich bald auf der Pitch sehen kannst. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020